Und was ich auch gesehen habe, waren ganz viele Kollegen, die unglaublich talentiert waren, unglaublich schlau, kreativ, sehr kommunikativ, tolle Menschen, die eigentlich es nicht geschafft haben, mit dieser Kunst, die sie toll ausüben, Geld zu verdienen. Und da dachte ich, es kann nicht sein, es kann wirklich nicht sein. Herzlich willkommen auf What's Opera Dog, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Finanziell wissen wir noch nicht, wie es mit uns weitergeht. Wir hängen alle irgendwie in der Luft. Die Regierungen, die Theater und die Veranstalter arbeiten an Lösungen, dessen seid gewiss. Zu diesem Thema passt aber ganz besonders gut heute auch mein heutiger Gast. Sie verbindet äußerst erfolgreich Musik und Business oder Kunst und Knete, wie sie sagt, und hilft anderen, ebenso erfolgreich dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Sandra Janke. Herzlich willkommen, Sandra. Bitte erzähl doch mal ein bisschen von dir und wie du zu deinem Business gekommen bist. Ja, vielen, vielen Dank, Elisabeth, für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und ein bisschen darüber zu erzählen. Vielen Dank. Ja. Also, mein Name ist Sandra Janke. Ich bin selbst Solistin an der Oper Leipzig. Ich habe ganz, ganz viele Jahre an Universitäten bzw. Musikhochschulen unterrichtet. Und ich unterstütze Sängerinnen dabei, mit sich selbst oder mit ihrer Kunst gesehen zu werden und damit Geld zu verdienen. Wie es dazu gekommen ist, daraufhin, da möchte ich ein bisschen eigentlich über mich erzählen und ein bisschen meine Geschichte euch erzählen. Ich glaube, dann versteht man das Ganze besser. Als ich 2012 nach Leipzig gekommen bin, habe ich mich wahnsinnig über diese Stelle gefreut. Und gleichzeitig war immer in mir dieser Gedanke, da ist doch eigentlich noch mehr drin. Also, ich habe immer gespürt, irgendwas ist da noch, was ich gerne ausleben wollen würde, aber ich weiß nicht so richtig was. Außerdem war auch immer der Gedanke, ich bin doch Sängerin und ich darf nichts anderes sein als Sängerin. Weil, wenn ich daran Erfolg haben will, dann muss ich mich wirklich mit 150-prozentiger Leidenschaft nur darauf konzentrieren. Also habe ich das eigentlich alles ein bisschen versteckt. Trotzdem habe ich angefangen, mich mit den Themen zu beschäftigen, wie zum Beispiel Marketing, Business, Positionierung, Self-Empowerment und ganz viele andere Themen. Das hat dann aber ganz schön lange gedauert, bis ich damit überhaupt irgendwas gemacht habe, weil, wie ich euch eben schon erzählt habe, ich mich eigentlich damit versteckt hatte, weil ich wirklich Angst, im Endeffekt Angst hatte, dass das rauskommt, dass ich was anderes mache. Und, aber irgendwann kam es zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, das zwickt so sehr in mir und ich werde immer unglücklicher, auch im Endeffekt als Sängerin, weil ich diesen großen Teil meiner Persönlichkeit eigentlich verstecke und eben nicht auslebe. Und das habe ich wirklich realisiert. Also das war für mich, ja, eigentlich ein blöder und gleichzeitig guter Moment. Und was ich dann auch gesehen habe, war, dass viele meiner Kollegen, als ich langsam damit rausgekommen bin, dass viele meiner Kollegen ähnliche Gedanken hatten. Also es war keiner dabei, der sagte, ich will überhaupt nicht mehr singen. Aber trotzdem bei ganz vielen war dieser Wunsch da, irgendwas ist da noch, könnte ich das vielleicht ausleben. Und was ich auch gesehen habe, waren ganz viele Kollegen, die unglaublich talentiert waren, unglaublich schlau, kreativ, sehr kommunikativ, tolle Menschen, die eigentlich es nicht geschafft haben, mit dieser Kunst, die sie toll ausüben, Geld zu verdienen. Und da dachte ich, es kann nicht sein, es kann wirklich nicht sein, dass solche Menschen eigentlich es nicht schaffen, sich damit auf die Beine zu stellen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr nachdenklich gebracht und hat eigentlich dieses ganze System, was kann man daran ändern, ins Rollen gebracht. Was ich nämlich gesehen habe, war, dass ganz viele Sänger oft in diesen Abwartemodus geraten. Also sie warten, dass sie der Agent anruft, sie warten, dass eine E-Mail kommt und plötzlich eine Tür öffnet für ein tolles Engagement. Sie warten darauf, dass sie gute Fotos machen, bis sie ihre Webseite dann endlich rausbringen und so weiter. Also es geht immer in diesem Wartemodus und ich habe gedacht, das ist eine Sache, die wir wirklich ablegen müssen. Warten bringt im Endeffekt zu nichts. Eigentlich geht es darum, seine Kunst selbst oder eigentlich seine Karriere selbst in die Hand zu nehmen und wirklich proaktiv zu werden. Und so fing das eigentlich alles an. Genau, ich habe noch eine Sache vergessen, die ich unbedingt sagen wollte. Eigentlich ist dieses ganze, also dieses Abwarten vor allem, das ist nicht Schuld der Sänger in dem Sinne. Es ist nämlich so, dass eigentlich wird das im Endeffekt im universitären Rahmen beigebracht, weil wir so traditionell ausgebildet werden, was auch toll ist. Also es ist irgendwo ja auch künstlerisch unglaublich wertvoll, dass wir sehr fokussiert sind auf diesem künstlerischen Weg. Und da auf diesem Weg ist aber sehr wenig Platz für das, was draußen in der Realität passiert. Und im Endeffekt ist auch das System zu langsam, um mit dem System, was draußen passiert, in der Realität mitzukommen. Und ich bin überzeugt davon, dass eigentlich in unserer Ausbildung müsste dieses künstlerische Unternehmertum mehr Platz finden. Und das ist auch wirklich eine Mission von mir, Sängern und Künstlern zu verstehen, zu geben, dass sie im Endeffekt Unternehmer sind. Weil das ist, was wir machen. Wir sind Künstler, wir sind wir selbst Kunst, aber gleichzeitig haben wir auch eine Dienstleistung oder wir haben eine künstlerische Expertise, die wir am Ende des Tages verkaufen wollen und damit unser Leben finanzieren. Und das ist wirklich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich selbst als Unternehmer zu sehen. Dann gibt es für mich gerade ganz klaren Negativ-Trend und Positiv-Trend in dieser Branche. Darauf würde ich gerne kurz eingehen. Und zwar der Negativ-Trend erstmal. Und der ist natürlich jetzt extrem verstärkt auch noch durch die Corona-Situation. Also wir merken alle, es findet natürlich keine Vorstellung mehr statt, keine Opernhäuser haben mehr auf, generell überhaupt keine kulturellen Veranstaltungen. Das heißt, das Geld kommt nicht rein. Das bedeutet, dass auch für Privat sind da wirtschaftliche Folgen natürlich zu erwarten, aber auch für die einzelnen Länder. Also die haben damit zu kämpfen. Und wer weiß, wann wieder das ganze System hochgefahren wird und in welcher Form. Im Endeffekt weiß das noch keiner. Zudem, und das war natürlich vor der Corona-Krise, ist dieser Markt unglaublich voll. Das heißt, dass auch Agenturen sich immer weniger wirklich mit 150-prozentiger Leidenschaft, sage ich mal, um den einzelnen Künstler kümmern können. Das ist fast gar nicht mehr möglich mit der Masse der Leute, die sozusagen auf dem Markt sind. Dann ist es so, dass die Arbeitsbedingungen oft sehr schlecht sind, beziehungsweise auch wenig vereinbar mit dem Lebensstil, der sich auch verändert hat in den letzten Jahren. Die Bezahlung ist oft schlecht. Auch wenn man es in einem Ensemble geschafft hat, ist es oft so, dass es für viele nicht befriedigend ist zumindest. Oder dass sie sich ein finanzielles Polster aufbauen hätten können für solche Zeiten, wie was wir jetzt gerade erleben. Und selbst die, die es ganz nach oben geschafft haben, die wissen, dass dieses Business einfach knallhart ist. Es gibt so viele Situationen und so viele Geschichten, die ich selbst kenne, wo ich wirklich gesehen habe, dass Leute mit Traumata aus bestimmten Produktionen, aus Situationen herausgehen. Was ich sehr, sehr bedenklich finde. Generell kann man sagen, dass eigentlich Künstler überarbeitet sind und oft in so eine unglückliche, wirklich unglücklich werden und in sowas reingeraten, was sie eigentlich gar nicht sein wollen. Aber, und jetzt kommt das Positive, es gibt auch einen Positivtrend, den ich erkenne. Und zwar ist mein Gefühl, und das bestätigen auch Kollegen, mit denen ich arbeite, die auch in dem Bereich unterwegs sind, dass sich trotz allem eigentlich diese Branche auf eine gewisse Art ändert, beziehungsweise öffnet für Innovationen. Und es möglich macht, dass der Künstler sich selbst im Endeffekt seine Karriere selbst in die Hand nehmen kann und sich präsentieren kann als Künstlerpersönlichkeit. Und es gibt im Endeffekt Business-Prinzipien, die anwendbar sind auf die Kunst und die erlernbar sind. Das ist das Gute daran. Außerdem, diese ganze Digitalisierung, die stattgefunden hat in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren, die macht es möglich, sich selbst ein Publikum aufzubauen, das später total wichtig werden kann für die Künstlerpersönlichkeit an sich. Und da sage ich auch, eigentlich ist die Musikbranche, befindet die sich noch im Erdgeschoss dessen, was eigentlich möglich ist. Der andere Punkt ist, was ich eben schon gesagt habe, und zwar, dass der Künstler sich viel mehr als Unternehmer sehen muss, um wirklich sich langfristig und profitabel aufzubauen als Künstler. Und dazu kommt, weil ganz oft höre ich, ja, aber Sandra, ich bin doch Künstler, ich bin kein Unternehmer und das verstehe ich total. Aber ich glaube mittlerweile auch, vor allem in der Form, wie man unternehmerisch denken kann, macht es Spaß und kann ganz kreativ sein. Und ich glaube, dass Künstler die besten Unternehmer sind, weil sie unglaublich gute Lerner sind. Sie sind diszipliniert. Sie sind sehr kommunikativ, haben meistens eine tolle Ausstrahlung. Also eigentlich sind Sänger Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, mit denen man sich gerne herumbegibt. Der nächste Punkt ist auch eine Sache, die werde ich häufig gefragt. Ja, Sandra, aber ich habe doch kein anderes Studium. Ich kann doch nur singen. Und da möchte ich auch nochmal sagen. Also man braucht nicht unbedingt ein anderes Studium. Was man vor allem braucht, ist Interesse und Neugierde. Und vor allem auch, und da kann man natürlich auch Hilfe bekommen, einfach zu erkennen, was kann ich eigentlich noch in meinem Leben? Was gibt es, was gar nicht vielleicht so offensichtlich ist, was mich ausmacht als Person? Was kann ich denn besonders gut? Oder was habe ich denn als Kind gemacht, was ich total vergessen habe? Oder wofür bitten mich manche Leute? Ich werde zum Beispiel, wenn man angerufen wird und um Rat gebeten wird, dann zeigt es eigentlich schon, dass irgendwas steckt da in einem drin, was es vielleicht wert wäre, genauer zu betrachten. Genau. Und im Endeffekt, was ich so gerade im Gesamten sehe, ist, dass es zwei Möglichkeiten eigentlich gibt für Künstler. So sehe ich das zumindest. Und zwar ist die eine Möglichkeit, dass man eigentlich weiter abwartet, was man auch eigentlich ganz gut kann und kennt, abwartet und hofft, dass sich alles zum Status Quo zurückentwickelt. Und ich hoffe, dass auch auf eine gewisse Art und ich glaube auch wieder, dass die Kunst zurückkommt. In welcher Form, wissen wir alle nicht. Aber ich hoffe, dass es passieren wird. Aber wir wissen einfach nicht, wie lange das dauert und welche weiteren Folgen es hat. Das heißt, also wir warten, bis der Status Quo zurückkehrt und hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Und da muss ich auch nochmal sagen, für viele war der Status Quo nicht mal erstrebenswert. Also es ist nicht so, dass das irgendwie Himmel hoch jaucht und ja, das war das Gelbe vom Ei. Und die zweite Möglichkeit ist, die eigene Karriere selbst in die Hand zu nehmen. Schauen, wer man eigentlich noch ist, wie man sein Leben leben möchte, wie man das designen möchte. Wie kann ich kreativ mir Einkommensströme aufbauen, die unabhängig von Arbeitgebern und Auftrittsmöglichkeiten sind. Wer bin ich? Welches Erbe möchte ich hinterlassen? Und vor allem auch, und das ist mir auch total wichtig für mich selbst und auch für die Leute, mit denen ich arbeite, auch im Hinblick darauf, dass man trotzdem Künstler ist. Also dass man diesen Künstler nicht verliert in sich, dass man trotzdem gesehen und gewertschätzt wird als Künstler. Ja, im Endeffekt, das ist sozusagen, das sind erstmal diese Grundgedanken und deswegen mache ich auch was ganz, ganz Tolles. Ich freue mich so unglaublich darauf und zwar werde ich am 25., 26.04. gibt es ein virtuelles Online-Event, zweitägiges Online-Event für Sängerinnen und Musikerinnen, die ja im Endeffekt mit ihrer künstlerischen Expertise gesehen werden wollen und damit neue Einkommensströme aufbauen wollen. Und es wird total genial, es wird eine ganz tolle, motivierte Gruppe werden mit Sängern, die diesen kleinen Samen, diesen Unternehmer-Sinn spüren und die Lust darauf haben, was zu bewegen, was zu verändern. Dann Elisabeth wird dabei sein, worüber ich mich total freue, dass ich Elisabeth als Gastrednerin sozusagen gewinnen konnte. Ja, und das wird auf jeden Fall mega, mega spannend für die, die wirklich was verändern wollen und die nicht mehr abwarten wollen. Ja, das ist, das klingt ganz großartig alles. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wie der Ablauf des Seminars sein wird, die Uhrzeiten und wer, was für Redner du noch dabei hast oder was man sich erwarten kann. Sehr, sehr gerne. Also das am 25., 26.04., es findet in meinem, in meinem privaten Zoom-Webinarraum statt. Das ist natürlich nicht, wie wenn wir uns live sehen würden, aber ich gebe mein Bestes, dass es wirklich sehr intim wird sozusagen. Es ist so, dass wir um 12 anfangen bis 18 Uhr und in dieser Zeit wird circa, wird es zwei, drei Trainings geben. Es wird eine Pause, werden wir haben, um ein bisschen was zu trinken, was zu essen. Es wird eine Expertin aus dem amerikanischen Bereich kommen, die da auch unterwegs ist und unglaublich erfolgreich ist. Und ich weiß noch nicht genau, welches Thema. Ich vermute, dass ich sie ein bisschen über Geld-Mindset mit ihr reden werde, was ich generell spannend finde und enttabuisieren will für die Musikwelt. Dann wird es Zeit geben für Fragen und Antworten, weil ich weiß, dass jeder selbst ganz viele individuelle Fragen hat. Wie kann man selbst weitergehen damit? Und es wird auch Zeit geben, um zu netzwerken. Auch das ist total wichtig, weil es gibt so viele Menschen in dieser Gruppe, die eventuell auch Freunde werden könnten, die auch Partner werden könnten, neue Ideen spinnen können. Und im Endeffekt ist es dann am nächsten Tag genauso. Da wird es auch ein Training geben. Du wirst am zweiten Tag mit mir im Interview stehen sozusagen. Und ja, also sozusagen ist ganz viel Motor, Inspiration, Wissen, ist da alles reingepackt in die zwei Tage. Klingt wunderbar. Für wen ist das geeignet und für wen ist das gar nicht geeignet? Ja, also es ist auf jeden Fall erstmal die Gruppe, ich würde sagen Sänger sowieso, Musiker auch, es ist auch geeignet. Und es ist nicht geeignet für Leute, die nicht offen sind für neue Wege, die wirklich nur daran festhalten wollen, den traditionellen Weg zu gehen. Auch für Leute, die glauben, dass man innerhalb von einer Woche was aufbauen kann, ist es auch nicht geeignet, weil es im Endeffekt auch wirklich Disziplin braucht, eine Weile, bis man Ergebnisse sieht. Das wollte ich nämlich noch gerade sagen, ich sehe jetzt ganz oft so Sachen aufploppen, Online, Unterricht und so irgendwie auch total Dumpingpreise. Da bin ich total dagegen und das ist gar nicht, was ich euch da beibringen werde. Genau, also eigentlich vor allem Leute mit viel Neugierde, die Lust haben mit ihrer Expertise oder sich zu zeigen oder die merken, da ist was in ihnen drin, dass sie irgendwie angehen wollen oder die anderen Menschen auch helfen wollen mit dem, was sie da haben. Für die ist es perfekt geeignet. Und wie viel kostet das? Wie viel muss man rechnen? Ja, also das ist, wie gesagt, zwei Tage lang und ich wollte, dass es wirklich zugänglich ist und für 119 Euro inklusive Umsatzsteuer seid ihr dabei. Ich denke, das ist noch ein Preis, den man irgendwie noch sich leisten kann und wollte das relativ zugänglich machen. Okay, das klingt ja wirklich alles sehr interessant und ich glaube, es wird sehr hilfreich sein. Ich selbst bin total gespannt, was du uns allen mitteilen wirst. Also ich werde die zwei Tage ganz sicher vor dem Bildschirm hängen und alles in mich aufsaugen. Ich habe ja selber als Person viel von dem umgesetzt, was du gerade erzählt hast, aber man kann immer dazulernen und ich bin sehr offen für alle neue Impulse. Also ich bin sehr gespannt und ja, liebe Leute, ich glaube, das ist eine wirklich spannende Sache und ist, soweit ich weiß, im deutschsprachigen Markt einzigartig. Also überlegt wirklich mal, ob ihr euch da nicht näher damit befasst. Wir werden die Adressen unten verlinken, ja? Ja. Genau, also alle Informationen findet ihr natürlich dann unten in der Infobox auf der Webseite von der Sandra und auf ihrer Facebook-Seite. Ich glaube, du hast auch eine Facebook-Gruppe. Genau. Ja, wo dann noch interne Informationen näher ausgetauscht werden, wo man noch tiefer in das Thema einsteigen kann. Ja. Willst du noch etwas sagen? Ich glaube sozusagen, meine wichtigsten Punkte habe ich gesagt, also auf jeden Fall, dass Künstler sein mehr ist als nur Künstler sein, dass ihr alle viel mehr seid und das, da würde ich, das finde ich total spannend, das rauszukitzeln und zu schauen, was ist da eigentlich möglich für euch. Super, das sehe ich ganz genauso. Also vielen herzlichen Dank, liebe Sandra und wir sehen uns auf jeden Fall in ein paar Wochen zum Online-Event. Und wir hoffen, dass viele dabei sein werden. Also alles Gute, liebe Sandra, bleibt gesund und ihr bleibt natürlich bitte auch gesund. Ja, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.